Monatliche Sparpläne erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Macht es aber mit Blick auf die Rendite einen Unterschied, ob ich den Sparplan zu Beginn, zur Mitte oder zum Ende des Monats ausführe? Dass die gesetzliche Rente in den meisten Fällen nicht ausreicht, um den Lebensstandard zu halten, ist kein Geheimnis. Man ist also gut damit beraten, schon frühzeitig in die private Altersvorsorge zu investieren. Eine sehr gute Möglichkeit, dies zu tun, bzw. einen Vermögensaufbau zu betreiben, besteht darin, einen monatlichen Sparplan anzulegen. Großer Vorteil besteht darin, dass, wenn er als Eimer eingerichtet ist, man ja weitestgehend frei von Emotionen an den Kapitalmärkten handelt. Weiterer Vorteil von Sparplänen besteht darin, dass er verhindert, dass man ja versucht, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden. Stattdessen läuft es so ab, wenn die Kurse etwas niedriger sind, werden Mehrwertpapiere gekauft, wenn die Kurse höher sind, werden entsprechend weniger Wertpapiere gekauft. Bei der Einrichtung des Sparplans stellt sich aber häufig die Frage, zu welchem Zeitpunkt im Monatsablauf der Sparplan ausgeführt werden soll. Häufig bieten Broker die Möglichkeit an, den Sparplan zu Beginn des Monats, zur Mitte oder zum Ende des Monats auszuführen. Macht das aber mit Blick auf die Rendite überhaupt einen Unterschied? Um diese Frage zu klären, haben wir ja eine Simulation bemüht und haben uns angeschaut, welche Renditeunterschiede sich ergeben, wenn man zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Monats investiert. Wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben unterstellt, dass ein Investor jeden Monat einen fixen Betrag in den S&P 500 investiert, und das über einen Zeitraum von zehn Jahren. Haben allerdings verschiedene Sparer unterstellt. Sprich, der erste Sparer investiert seinen Monatsbeitrag immer zum ersten, der zweite immer zum zweiten, der dritte zum dritten und so weiter. Mit Blick auf die Ergebnisse konnten wir tatsächlich keine signifikanten Renditeunterschiede feststellen. Das bedeutet, auf Basis unserer empirischen Ergebnisse konnten wir nicht ableiten, dass es vorteilhafter ist, einen Sparplan beispielsweise immer zu Beginn des Monats oder zur Mitte des Monats auszuführen. Tatsächlich hätte uns auch ein gegenteiliges Ergebnis überrascht. Denn hätte es solch einen Effekt gegeben oder würde diese Besonderheit bestehen, würden das sicherlich mehrere Marktteilnehmer ausnutzen, sodass dieses Renditeplus pö für pö aufgehoben wird. Übrigens, wer jetzt auf die Idee kommt und womöglich sich Gedanken macht, ist es sinnvoller, immer an einem Montag oder an einem Mittwoch oder beispielsweise an einem Freitag zu investieren, diese Frage haben wir auch untersucht und kommen auch hier zu dem Schluss, auch das spielt keine Rolle, wenn wir hier einen langfristigen Sparplan über zehn Jahre unterstellen. Und auch hier wäre abermals die Frage gewesen, was wäre der kausale Grund, warum es beispielsweise besser wäre, immer an einem Montag seinen Sparplan auszuführen. Wie lautet jetzt also unser Fazit? Grundsätzlich sollte man nicht versuchen, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden, sei es bei einer Einmalanlage oder bei einem Sparplan, viel oder die Gefahr, dass man zu lange wartet und damit Renditepotenzial verschenkt, ist einfach zu groß. Mit Blick bei der Einrichtung eines Sparplans sollte man sich also hier nicht allzu viele Gedanken machen. Viel wichtiger ist, dass man überhaupt investiert beziehungsweise investiert ist.